Hallo, bei diesem Erfolg müsst ihr 40 Einheiten mit den sammelbaren Waffen töten. Der Trick ist, die Granaten aufzusparen bis zu dem Punkt, wo man Zerglinge freilassen kann. Dort kann man dann viele Einheiten auf einmal töten. Okay, was hat es mit diesem supergeheimen Todeslabor auf sich? Dieser Asteroid ist als Beryllium-Speicheranlage registriert. Es muss eine Tarnung für das Biolabor der Liga sein. Das wollen wir doch hoffen. Wir würden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken, wenn wir den ganzen Weg nur wegen ein paar Tonnen Beryllium gekommen wären. Haben diese Dokumente irgendwelche Anhaltspunkte geliefert, was die Liga da drinnen treibt? Nein, Sir. Aber sie enthielten einige Sicherheitscodes der Anlage. Vielleicht können wir damit in ihre Systeme eindringen. Klingt nach Spaß. Tja, wo wir nun schon mal hier sind, können wir ja auch genauso gut einen Blick da reinwerfen. Sir, Teile der Anlage scheinen vor Scans geschützt zu sein. Unsere Signale werden abgelenkt. Vorsicht da drin! Hey, Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Ich dachte, Eugene... Halt die Klappe, Matt. Na dann, Jungs. Bleibt wachsam. Was ist los? Radar's Horror. Ich höre. Was für eine Überraschung. Die Tür ist versiegelt. Nichts, was ein kleiner Dampfhammer-Sprengsatz nicht regeln könnte. Sag schon an. Ich höre. Was ist los? Zeil gibt es. Der Zutritt zu dieser Einrichtung ist strengstens... Heute nicht, Kumpel. ...dass mich zählen. Hm. Was tut jeden Rebellen, den ihr seht? Sieht aus, als würde einem Fax-Komitee auf uns warten. Adjutant, aktiviere diese Geschütztürme und zeig es ihnen. Systemzugriff. Dechiffriere Sicherheitsüberbrückung. Systemkontrolle übernommen. Okay. Das sind immerhin die Hälfte der Schütze. Aber das ist ein Fax-Klimm. Wie in der Blanche. Sag schon an. Was ist los? Ich höre. Was ist los? Ich höre. Ich höre. Was ist los? Ich höre. Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Oh mein Gott! Tötet mich nicht! Diese Kreaturen. Solche Zerk habe ich noch nie gesehen. Matt, scanne Ihre Biosignaturen. Einen langen Blick. Das Signal ist schwach. Moment mal. Sir, ich orte Zerk und Protos-DNS. Wurden diese... Dinger irgendwie assimiliert? Ich weiß es nicht. Aber ich bin echt neugierig, was die in einem Liga-Labor zu suchen haben. Schau dir das an! Wir haben diesen Rainer im Labor 1 in der Falle! Sehr schön! Lass die Zerk raus! Wie ist der Plan? Im Auto! Zerk! Sie kommen aus den Zellen da! Zerstört sie Jungs! Wir müssen ihnen den Zugang blockieren! Jetzt sag schon an! Jetzt sag schon an! Raiders rocken! Du kannst auf mich zählen! Klingt gut! Was gibt's denn? Sie sind rausgekommen! Verdammte Scheiße! Raiders rocken! Ich höre! Klingt gut! Raiders rocken! Jetzt sag schon an! Was ist los? Gibt's denn? So kann ich hören! Wie ist der Plan? Was ist los? Zeigen wir es ihnen! Wie? Wie? Haltet sie auf! Lasst sie nicht ins Labor! John! Verdammt! 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 Astmaßbereit! In Bereitschaft! Jetzt sag schon an! Klingt gut! Sieht aus, als hätten wir ein paar Optionen an diesem Terminal, sie schon mal ein bisschen weich zu klopfen, bevor wir reingehen! Du kannst auf mich zählen! Du kannst auf mich zählen! Was war für Sie schon mal ein paar Sachen nicht? Ach, du kannst auf mich zählen! Was war das für mich zu dring staff? Du kannst hier über einen